und zurück im Let's Play Call of Duty Ghost unsere Aufgabe ist also klar Ok, er ist los Weiter geht's, oder? Verdammt, da müssen wir wahrscheinlich ans Geschütz Ja, los geht's Verdammt schnell, wir müssen hier unseren Vater befreien Mitten in diesem Sturmfeuer ist Hoffentlich finden wir ihn rechtzeitig Unsere Stützposten haben ja berichtet, dass es nicht so gut aussieht Sie haben zwar die Stellung gehalten, aber wir befinden uns hier eigentlich in der Offensive und das ist natürlich dann nicht so Sinn des Ganzen, die Stellung zu halten Was für F zum Anlegen Nein, verdammt, das wollte ich jetzt nicht Ich wollte besuchen was das ist Verdammt, ich glaub sie holen jetzt Verstärkung natürlich Wow, weg da Verdammt Wow Verdammt Wir haben doch gar keine Verdammt Wir haben doch gar keine Verdammt Keine Kackse Braus mehr Das bringt ja wohl nichts. Na okay, enden. Naja, was bringt das jetzt? Achso, okay. What? Achso, ich hätte die ganze Zeit schießen können. Okay, wir müssen jetzt in Deckung gehen und dann... Ja, boah, jetzt haben wir es drauf. Jetzt traf ich es ja auch. Ah, verdammt. Wow. Leute. Es ist gut, dass es dir gut geht. Schnell. Oh, verdammt. Ich sollte vielleicht mal... Ach, Mann. Gut, Leute. Wir sind durch die Gräfe unterwegs. Wartet noch, wir sind fast da. Wir sind durch die Gräfe unterwegs. Verbindete kommen durch die Gräfe in der Trunnenstörung. Kontrolliert Feuer. Kontrolliert Feuer und das Sack ist so einfach. Verdammt, sie kommen natürlich auch über die Dächer. Jetzt roben wir uns da vielleicht mal ein bisschen vor. Das ist ja lächerlich hier. Das sind unsere eigenen... Ich habe dem vollen Header gegeben da hinten. Zumindest stellt er da rechts her auf. Das macht Hash. Was machen die jetzt so weit vorne schon? Armando! Feindliches Hovercraft nähert sich unserer Position. Die Ponsdienst müssen es verschießen. Verstanden. Sie wurden informiert. Oh, verdammt. Granate. Feindlicher Panzer kommt aus der Powercraft. Das MG kommt niemand durch die Panzerung. Die A10-Dron soll den Panzer eliminieren. Okay, schnell hier an Deckung und dann geht es weiter. Mit unseren schönen... Jawohl, dann haben wir ihn schon. Luftgeschütze, ja. Oh, verdammt. Die brechen da immer vor. Das ist unglaublich. Okay, wir brauchen ein bisschen Buggy gerade da. Wow, was für ein... Wow. Verdammt. Hash ist ein bisschen besser platziert. Okay, jetzt wieder das Geschütz ausschalten. Hm. Oh, ne, Heli ist hier in dem Fall so schmal noch. Und hier... Verdammt. Wenn da rechts hab ich... Wenn da links hab ich sie gemischt. Ja, gut. Drohnen. Los. Was? Einfach mal Druck. Verdammt, die Throne ist kaputt. Oh, verdammt. Ja, Leute. Oh, ein bisschen rückendeckung. Verdammt. Verdammt. Das war jetzt knapp. Da hat... Wollte Hash, dass ich ihm folge. Aber das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Und das ist zwar wirst du auch falsch ins Auge gegangen. Äh, wo sind die jetzt, Leute? Ah, da ist ja halt der gute Hash. Hashtag, haha, nein. Verdammt. Haben die da oben Scharfschützen? Jetzt Hash, wie sieht's aus? Weiter, oder? Ja, gut. Okay, wenn du das sagst... Und schon wieder müssen wir uns zurückziehen. Ich muss nicht so aufhören, gut. Und weiter geht's. Wow. Verdammt. Ah, verdammt. Was? Helikopter? Ich seh' gar keinen. Ja, wo ist Riley denn nun so guter... Bruder Hash? Mann, ich seh' ich gar nicht. Egal, wir schalten jetzt einfach mal hier die Beine aus, die uns hier gefolgt sind. Wird ja alles noch bombardiert mit anderen Drohnen. Von anderen Drohnen meine ich natürlich. Ähm... Oh man, hier richtig an der Front. Oh man, immer wieder die Bomben-Einschläge hier. Kleine... Kleinere. Oh, kommt schon raus. So, die werfen da immer Granaten, ne? Aber die kommen nicht so weit. Dass die uns wirklich geballt werden. Ah, verdammt. Ah, Mann, immer diese Rauchwolken. Machen sie uns natürlich schwer. Ah, wo ist Riley jetzt? Und wo ist Hash? Da steh' ich jetzt nicht ganz. Da war grad... Riley, genau. Jawohl, schnell rein. Danke Hash. Einfach Riley folgen. Ach, verdammt. Es steht halt im Weg. Hä? Riley, willst du mal aus dem Weg gehen? Okay. So geht das. Okay. Ob er wirklich hier in einem brennenden Haus ist? Wow. Verdammt. Wenn du das sagst. Achtung! Was? Ghosts? Was ist hier raus? Hey! Wir gehen nirgendwo hin. Ruhig. Hey! Wir haben uns gerade gerettet! Kam gut klar. Um Arsch! Ruhe! Ihr alle! Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Dad ist da. Wir gehen nicht ohne ihn. Das ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr dort. Weg! Was ist die ganze Zeit einer von ihnen? Los! Hey! Ruhig, Junior! Das ist dein Vorgesetzter! Die Jungs wisst nicht, wie schwer mir das gemacht ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock? Jetzt tritt ihr für den Ghosts. Ja. Er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Sind wir also wirklich... ...Jetzt schon ein Ghost? Es begann vor zwölf Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Was ist da los? Das war klar. Nichts war den Abhalt... Was ist da los? Was ist da los? Für uns war Rog eine Legende. Ihr Mund konnte durch die Hölle laufen ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Ich werde den Verrschter geben. Verdammt ey. Und schon sind wir wieder mittendrin natürlich. Aber wir sehen uns hier einfach im nächsten Part wieder. Bis gleich.